das einzige was hier einen meist nervt ist immer noch wenn du siehst wie viel noch übrig ist also das ist sehr motivierend jungs hey hagen wir schon da liegen wir doch nicht scheiße wie das immer ja und das ist auch ach ne es ist ein wübs Die wollte ich noch Das ist ein Stein, das ich dann für die nächsten übrig Das lassen wir erstmal oben Das ganze Zeug, das Bett und sowas Das müssen wir umbauen Das muss nicht Das muss nicht Da haben wir schon ein Eisen an der Oberfläche, ja geil Da brauchst du ein bisschen was abnehmen Kurz, ganz schnell Deine Hand, ohne Probleme Ja Das Stückchen noch und dann sind wir erstmal durch Oh je je Leck mich am Arsch ey Das ist ein bisschen was abnehmen 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 Das Duucke jetzt ein bisschen was abnehmen Ich habe das wohl erstmal Birne komplette ich hab den baum da links werde ich erst mal noch wegholzen guck ich erst mal wie ich das aus dem baller oh gott oh gott da auf jeden fall damit auf jeden fall was gebaut das kannst du sowas von wissen ich denke mal da werde ich das nicht ein ebene versuche ich das wirklich mit dem gebirge so zu integrieren aber ich warst du da eine spitze da eine spitze und da eine spitze hier ist etwas flacher kannst du perfekt türme dann ballern und dann geht das los da könnte man vielleicht noch einen ausgucken machen hier unten hast du noch so ein tal vielleicht versucht man hier noch ein bisschen was rein zu klatschen aber mal gucken aber erst mal zu tun also erst mal eins beenden das ist nämlich einiges was sich zu tun gibt das noch nie erzähl mir mehr und dann sind wir auch schon durch halt die fresse er geht die aufnahme stunde 20 dann noch den turm dorf hatten wir ja auch da unten im wald kann man kurz gucken sein koordinaten ich wollte mal ohne schwert unterwegs na ich fühle mich heute sicher ja okay das sind so berge der kann man nicht wirklich mehr bauen da sie ist schlecht natürlich auch nein bitte sag nicht dass jetzt gleich der wald wieder fackelt wie ich das da hinten schon sehe dass die laba da runtersprodelt noch nie das könnte sein dass ob da in das wieder runter geht aber es wie so ein rand ist und sagen wir so eine arena das wäre vielleicht auch noch ganz cool dass man da drin was baut aber ich glaube das glück haben wir ja nicht aber wenn mir erst mal zu tun ist dahin genießen wir die aussicht und sehen uns beim nächsten mal tschau